Hallöchen ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Green Hell. Yo, die Mauses sind quietschvergnügt, sie schauen sich weiterhin um. Ich hoffe, die bleiben uns erhalten. Ich liebe Mäuschen. Werkzeug benutzen, um Glut herzustellen. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Feuerzeug habe ich nicht. Wir sollen auf jeden Fall mal mit dem Walkie-Dokie mit unserem Frauchen sprechen. Kannst du mir ein Feuerzeug geben? Ah, da haben wir schon die Antwort. Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Um, remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Ach nee. Ah, don't tell me. Yeah, we have no fire. Ah, not a single lighter, nor box of matches. Ah, we, we ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Danke schön. Warum müssen eigentlich immer wir Männer das machen? Frauchen, du könntest dir auch Blasen an den Händen holen. Okay, also schau dir den neuen Handwerkseintrag im Tagebuch an. In deinem Tagebuch wurden neue Handwerksrezept hinzugefügt. Ich drücke N, um das Tagebuch zu öffnen. Und wähle dann das erste Handwerkslese-Zeichen. Okay, also N. Handbohrer. Schön. Stock und kleiner Stock. Ich glaube, den können wir aber herstellen schon, ne? Quebeenden. Können wir nicht. Schon, oder? Normal schon. Quebeenden. Also wahrscheinlich muss ich jetzt herstellen. HALC gedrückt, um das Navigationsrad aufzurufen und wähle dann Handwerk. Erzeuge ein Feuerwerkzeug. Okay. Also C. Herstellen. Wir brauchen einen Stock. So, den muss man hinziehen und einen kleinen Stock. Handbohrer herstellen. Dann fliehen wir da herum und zack, wie jetzt. Find something dry. Nutze ein Feuerwerkzeug und Zunder, um Feuer zu machen. Um ein Feuerwerkzeug zu benutzen, öffne den Rucksack. Tab. Rufe das Kontextmenü für das Feuerwerkzeug und auf und wähle benutzen. Tab für den Rucksack. Strengesinn wäre das jetzt schon da, aber wir probieren es jetzt mal. Ähm. Und benutzen. Benutzen. Herstellen. Untersuchen. Tragen. Karte. Schlaf. Ah, natürlich. Erweitern. Rechte Maustaste und benutzen. Und jetzt ziehe das Zündholz aus dem Rucksack und auf den Feuerwerkzeugplatz, um Feuer zu machen. Karte. Wo haben wir denn Zunder? Das ist ja nur Stein. Seile. Stock. Ich hab keine Ahnung, ob das der ist. Erweitern. Nutze Zunder Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, was wir da machen Ich glaube irgendwie nicht Haben wir überhaupt Zunder? Vogelnest Ich habe keine Ahnung Nehmen Nehmen? Ähm Öffne den Rucksack, rufe das Kontextmenü für Feuerwerkzeuge auf Kontextmenü, hier Feuerwerk Kontextmenü, hier drüben Herstellen, oder? Moment, ich bin verwirrt Also, so Also doch der Oder was? Brauche ich wahrscheinlich mehr Ich habe keine Ahnung Das fällt mir irgendwie da drüben hin Kann ich mich irgendwie bewegen? Also irgendwie haut das da nicht so richtig hin Okay, das haut gerade überhaupt nicht so hin, wie ich das möchte Ich bin total verwirrt Hä? Es kann eher sein, dass wir kein Zunder haben, ne? Vielleicht Ich habe gerade überhaupt keinen Schimmer Das klappt überhaupt nicht Warte mal Ich wollte ein paar Nein, warte Ein paar Tüme beendet Ich habe neu begonnen Ich bin verwirrt Entschuldigung Ähm Was? What the fuck? Das klappt aber überhaupt nicht Nutze ein Feuerwerkzeug und Zunder Wir haben keinen Zunder Ich glaube jetzt ja nicht, dass eine Liane erzunder ist, oder? Oder doch? Handbohrer benutzen Nö Dachte ich mir schon Ziele Das Zündholz aus dem Rucksack auf den Feuerwerkzeugplatz Um Feuer zu machen Zielen Womit soll ich denn zielen? Ich bin da echt verwirrt Ich stelle mich gerade voll blöd an Also das ist jetzt echt komisch Ich habe gedacht, das geht jetzt einfacher Sammeln, zerstören, nehmen Ich darf da aber nichts machen Also das ist jetzt wirklich Also Nee Ich glaube jetzt nicht, dass das richtig ist Herstellen Vielleicht so? Nein, ich glaube mir, dass das passt Also ich bin jetzt echt verwirrt Oder muss ich das hier machen? Ziehe das Zündholz aus dem Rucksack Und auf den Feuerwerkzeugplatz Um Feuer zu machen Um mein Feuerwerkzeug zu benutzen Ich habe mein Rucksack ab Rufe das Kontextmenü für das Feuerwerkzeug auf Und wähle benutzen Das haben wir ja schon Und jetzt Wie kann ich das jetzt? Willst mich verarschen? Ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt da Also das Hä? Ich bin echt verwirrt Benützen Keinen Plan Also das ist Ähm Muss ich es vielleicht hier probieren Genau an der Stelle Wo der Kreis vielleicht ist Benützen Aber tut nichts Ich bin da echt Ich komme da nicht ganz mit Oder mir fehlt ein Drum Das könnte auch sein Wo kriege ich denn eigentlich diesen Zünder her? Habe ich auch keine Ahnung Ob das einfach nur ein großer Holzding ist Okay und der Ast ist auch verschwunden Den ich hier hingelegt hatte Ich versuche mal was Wasser sauber Halten um zu trinken Prost Okay das hätten wir auch mal Das Unkraut kann man jetzt kaputt hauen oder? Doch tatsächlich Kleiner Blätterhaufen Kann ich das noch aufheben mehr? Also Vielleicht hat mir der Blätterhaufen gefehlt Zum Feuer Irgendwas machen Oh Bananenblatt erweitern Aufheben Nehmen wir es mit Nehmen Aufheben 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 Ich habe keine Ahnung was ich mache Okay man kann ich glaube ich nicht tragen Von dem Zeug Ich sehe gar nichts mehr Ich habe keine Ahnung Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht Warte mal vielleicht soll ich die woanders hintragen Ich würde sagen dahin Werkzeug benutzen um Blut herzustellen Ja Herrschaft sein das müsste doch gehen Ich kann ihn vor allem Und das ist das komische ich kann ihn nicht bewegen Ich kann ihn nicht wie es mir Sagt Weil ich kann mir gut vorstellen Dass dieser Punkt auf dem hier sein müsste Dann würde es klappen wahrscheinlich Aber ich darf hier gar nichts Ich versuche jetzt Oh Jetzt habe ich es weggeschmissen Das wollte ich nicht Wo habe ich das jetzt hingeschmissen Keine Ahnung Egal Jetzt mein Warte Unbekannte Nuss Nehmen Ich nehme sie mal Ich komme da nicht mit Ich habe das Hüse irgendwie im Park Erzähl ich habe mein Werkzeug weggeschmissen Okay ich muss jetzt nochmal herstellen Oh weh wie blöd Also Zweige Da Ein großes Zweige Ein kleines Zweige Und herstellen So Damit Muss ich jetzt benutzen Ich komme schon näher ran An die Sache Ich habe gerade keine Ahnung Also noch ein kleines Halt So vielleicht Ich habe keine Ahnung Ah da sind ja zwei Hoppala Ziehe das Zündholz Aus dem Rucksack Also brauche ich doch 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 ein Zündholz Ich habe kein Zündholz Ich habe nur das da Das ist echt doof Bananenblatt Kleiner Stock Kleiner Stock Keine Ahnung Das darf ich nur Ah Twister Das wollte ich jetzt auch nicht Ich komme da jetzt echt nicht mit Ich muss mich glaube ich da jetzt schlau machen Muss ich vielleicht irgendwas zusätzlich drücken Bevor ich das bewegen kann Das könnte ich mir noch vorstellen Tut sich aber gar nichts Ich dachte mir ich könnte das Ganze hier drehen Ich bin da echt überfragt Ja Werkzeug benutzen Schlaumann Zielen Ich probiere halt einfach mal Irgendwas Keine Ahnung Also benutzen Ich komme da echt nicht mit Aber was meinen die bitte mit Zündholz Ich glaube da brauche ich was eigenes Oder Ich glaube da brauche ich was eigenes Ich habe keinen Plan Ich hau das mal hier zusammen Wirklich noch ein paar Zweige Wenn es klappt Jawohl Vielleicht muss es auch der lange Stock sein Ich habe keine Ahnung Dumm Erweitern Herstellen Vielleicht klappt das jetzt ja mit dem Ich habe keine Ahnung Oder Warte mal Brauchen wir jetzt die hier Okay Das hilft überhaupt nichts Geht ein Seil Ein Seil funktioniert schon mal jetzt vielleicht ein Stein Nein Was will ich mir eigentlich bauen Ich habe keine Ahnung Ich probiere einfach irgendwas aus Okay ich habe keinen Plan Ehrlich nicht Kann man den Sammeln Dann kommen ja auch noch Zweige raus Also Stöckchen Das ist aber genau gerade der Stock Was ich eigentlich brauche Also meine Meine Verwirrtheit Kennt gerade keine Grenzen Ich glaube da hat gerade jemand ein Rasenmäher angeworfen Hallo es ist mitten im Winter What the fuck Ich will das jetzt rauskriegen wie das geht Aber er zeigt schon hier an Also hier Benutzen Und dann wahrscheinlich Das hier oder wie Oder will er Blätter haben Keine Ahnung Erweitern Essen Okay Ah Da muss ich gleich speien Das war nicht so gescheit Okay Lebensmittelvergiftung Hurra Ey alter Ich habe keine Ahnung Ich glaube wir werden verrecken Ich habe keine Ahnung Wie man hier das Holz Das Feuerholz jetzt macht Aber da auf der Seite Ist ein Ist ein Kreis gewesen So wie wir hier die Machete Abgebildet haben War dort jetzt auch so was Ah Ich glaube das ist Der Kreis zeigt Wie lang die Machete haltbar ist Ich werde narisch Ich fürchte das werde ich im nächsten Also wenn ich jetzt Ohne dass ihr da jetzt zuschaut Weil es ist jetzt echt schon sehr peinlich Wenn ich versuche das hinzukriegen Ich habe Keine Ahnung Zum Ich habe echt gedacht Vielleicht wenn ich jetzt auf Herstellen gehe Oder warte Im Tagebuch So Na Nicht das Blattl Das brauche ich ja nicht Handbohrer Wie mache ich denn Feuer Kleines Feuer Stock Und Dings Handbohrer Geistige Gesundheit Lebensmittelvergiftung Wirkung Nahrungsverzehr führt zu Erbrechen Erbrechen führt zu Verlust von Menge Menge Was? Mengen Element Bekannte Behandlungsmethode Eine Lebensmittelvergiftung wird vom Körper mit der Zeit auf natürliche Weise bekämpft Die Einnahme von Pflanzen mit natürlichen Anti-Lebensmittelvergiftungseigenschaften beschleunigt den Heilungsprozess Ja keine Ahnung Speerfischbogen Feuer machen Wie fehlt so ein Brettel da unten Puh Weil wir haben nur das hier Das sollte aber ja schon funktionieren eigentlich Ist das vielleicht ein Bug? Ich bin der Bug wahrscheinlich Naja egal Bänden wir auf jeden Fall mal den Part ihr Lieben Das war's dann für heute Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend Je nachdem wann ihr das Video schaut Und wir hören uns beim nächsten Mal Tschüssi